Und als nächstes sind wir für euch hier im Restaurant Bonanza in Münchenstein bei mir, ist Adem. Adem, wenn man herum schaut, hat er einen neuen Look? Ja, seit dem 3. September habe ich eine neue Eröffnung gemacht. Da haben wir alles umgebaut. Vom Deckel, vom Boden, auf der Seitenwand, Kuchen, Buffet. Da haben wir alles neu gemacht. Jetzt ist es viel besser. Bessere Atmosphäre. Aber immer noch im gleichen Bonanza-Look. Wie ist denn das vor sich gegangen? Euch gibt es ja schon seit vielen Jahren. Uns gibt es seit 21 Jahren. Ich bin die zweite Generation. Die erste Generation war mein Vater. Ich habe ihn von ihm übergenommen. Und jetzt machen wir weiter. Und jetzt ist natürlich die neue Generation dran. Das heisst, ihr seid auch unterwegs. Habt ihr auch Auslieferdienste? Ja, sicher. Wir machen auch Auslieferdienste. Von 5 bis 11 bis oben. Und was wir auf der Karte haben, liefern wir. Das ist kein Problem. Und was ist denn feines auf der Karte? Also wir haben ganz viele Pizzas, ganz viele Pastas. Fleischgerichte haben wir. Weissfilets haben wir. Wir machen Flamme am Tisch. Also wir haben eigentlich alles Mögliche, was wir anbieten. Also Bonanza ist geblieben. Genau. Das kann man so sagen.